Also, was ist in letzter Zeit mit dir los? Ich hab gehört, dass dir dein Studium doch nicht mehr so gefällt. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Ich auch nicht. Ich will nicht einmal darüber nachdenken. Irgendwann muss man das doch. Oder? Ja. Also, was ist in letzter Zeit mit dir los? Ich hab gehört, dass dir dein Studium doch nicht mehr so gefällt. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Ich auch nicht. Ich will nicht einmal darüber nachdenken. Irgendwann muss man das doch. Oder? Ja. Also, was ist in letzter Zeit mit dir los? Ich hab gehört, dass dir dein Studium doch nicht mehr so gefällt. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Ich auch nicht. Ich will nicht einmal darüber nachdenken. Ich hab gehört, dass dir dein Studium doch nicht mehr so gefällt. Ich hab gehört, dass dir dein Studium doch nicht mehr so gefällt. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Ich auch nicht. Ich will nicht einmal darüber nachdenken. Irgendwann muss man das doch. Oder? Ja. 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 Vielen Dank.